Sogar im Ganzen, nur für dich. Ähm, bei der Halle landen zwei. Ich geh ein bisschen weiter. Wo bist du? Chris, wo bist du eigentlich? Achso, okay. Ich geh unten hin. Er landet oben auf dem Dach und sieht aus, als ob man nichts gefunden hat. Ich hab hier auch... Du, äh, lauf rechts außen. Ach nee, wo bist du denn? Verdammt. Vergiss es. Vergiss, was ich gesagt hab. Waffe. Munition bringt mir nichts ohne Waffe, bitte. Spiel. Aha. Ich glaub, ich hab gleich ein Problem. Eins? Ja, vielleicht vier. Okay, ja, das ist schön für dich. Ja. Chris, ich weiß nicht, wo dein... Oh, ich hab hier irgendwo ein. Top-Notch. Hat der Zweier-Weste-Fahrt und willst mich verarschen? Wo ist der? Drinnen, in der Halle. Bei mir hier. Der kommt jetzt. Jetzt ist er gleich tot. Ja, okay, wir kill ihn halt. Machen wir auch. Ja. Ich warte mal hier auf so'n Nate-Mate. Ich glaube nicht, dass er Nate einfach... Naja. Alter, ihr habt dafür gerade fast 30 Fisch, was. 30 Schuss verschwendet. Was, wo bist du denn? Da. Da. Da war... Ja, der ist aber bei dir gelandet, der Zweite. Dann ist er noch hier irgendwo. Aber wo ist er dann geblieben? In dem schwarzen Loch. Verschollen. Der Mutter-Dreieck. Mhm. Nee. Ähm. Eigentlich nicht so. Ähm. Wer hat zweimal Dreieck. Das war... Oh Gott, nee, komm. Vergiss. Das ist einfach. Nee. Das war... Ich hab mir noch eine AK im Liegen mit ganz viel Müll. Ähm, ne, im Moment nicht, danke. Ich markiere. Ich muss auch fahren. Hab schon gegeben. Geht ihr was? Also mal... Den, den wir gerade erschossen haben, der glaube ich ist... Kaum vom Dach. Glaube ich jedenfalls. Ich bin mir nicht sicher. Naja. So viel hat er nicht gefunden. Eistos läuft erstmal. Also am Ende der Welt. Dreier Weste. Dreier Helm. Nee, nee, komm mal auf. Dreier Helm. Okay, lassen wir das. Ach, hör doch auf, Mann. Ja, hör ich halt auf. Mi, mi, mi. Jetzt hör auf, mir Konter zu geben, sonst lernen die anderen das noch. Das können wir schon längst. Fangen wir jetzt schon. So, Dreier Rucksack. Ich bin fast voll Dreier. Und ihr? Ähm, wir lieben gleich... Wir lieben gleich das Geat Game. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wir lieben gleich. Okay. Ah, schön. Dann, 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 dann hasse ich euch einfach nur noch. Ach, das ist schön. Mi, 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 mi. Jeder sollte jemanden haben, der jemanden anders hasst. Oh, hier war jemand? Ja, das hier waren überall Leute. Überall waren hier Leute. Oder hier ist jemand. I know how this game works. Ja, auf mich wird geschossen. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich weiß leider nicht von wo. Ich war auf den Containern, also könnte da auch weit weg gewesen. Ja, oben auf dem Dach. Oben auf dem Balkon. Okay. Warst du das? Ja, ich bin hier in das kleine Grabeuse gegangen. Ich habe hier bei mir noch eine Dreier Weste und ich wurde beschossen. Und das ist fest von hinten, also. Das ist scheiße. Wenn ihr eine Dreier Weste haben wollt, sagst du beschossen. Ja, wir wollen, aber wir kommen hier gar nicht weg, weil hier einer ist, der, der will uns Gewalt antun. Ja, einfach so. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe ihn angehittet. Komm, hau ab. Er hielt sich. Okay. Ja, oben. Direkt da oben drauf. Ich habe Bock drauf. Seid ihr aus dem Panzer gesprungen? Nein, der hat uns das geschossen. Okay. Ja, der schießt immer noch hier außen. Die schießen immer noch von dem Dach da oben. Wo war die Dreier Weste? Bei mir in meinem Haus unten. Ganz hinten durchlaufen. Ich habe hier vorne einen Gendlock. Wo ist denn der hin? Also wollen ja nicht, hier sind irgendwo noch Gegner, ne? Just saying. Ja. Weil, ich habe ja ihn genockt. Naja. Aber der ist immer noch nicht hoch. Hab sie. Gut. Du hast ihn genockt. Draußen. Äh, hier vor dem Fenster. Unten. Aber der ist irgendwo hingekrammelt. Ah, ich sehe ihn. Der hat wohl keine Hilfe erwartet. Okay, sehr gut. Ja, der läuft rüber. Hast du ihn gekillt? Na. Ja, ja. Also der hier ist gefinisht. Huch. Da war ja was. Oh, aber der hatte nichts mehr. Der hatte nichts mehr. Oh, Chris. Die Zone killt doch nur, Idioten. Ja, komm. Den Spruch haben wir schon so aufgebracht und zack. Wollen wir verordern. Oh, das stimmt. Wo bist du denn, Chris? Bist du das, hey? Ja, ja. Mir war's gerade auf jeden Fall einer entgegengerannt. Nichts zu gut. Okay. Hier drin ist er nicht. Von welchem Dach denn? Nein, er kam mir entgegen. So. Nein, aber von welchem Dach, von welchem Haus haben die geschossen? Von dem ganz Großen. Ach so, okay, ich sehe es. Bin ja tatsächlich gewählt, jetzt einfach aus der Stadt zu gehen? Irgendwo hier bei uns. Braucht noch wer von euch eine AK mit einer Menge Munition? Ja. Nein, womit nicht. Dann komm her. Ich glaube, die habe ich... Ach nee, warte mal. Die habe ich auf dem Dach von dem Gebäude, komm mit. Äh... Chris, hast du Kark? Nee. Willst du Kark? Ja. Dann komm irgendwie nachher. Danke. Mit Mutti wird es allerdings schlecht. Sitzt ihr keinem noch? Ja. Okay. Den hörst du wahrscheinlich mehr als sehr. Ja, natürlich. Den finde ich auch nicht so hübsch, okay? Also halt erstmal die Schnauze. Weißt du was? Nur weil ich keiner mag. Ich kaufe dir gleich eine Safari-Backmischung, dann hast du das Wochenende was zu tun. Hä? 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 Ja? 145. Da ist dein Auto. Ist das normal? 145. Hm. Nein, da fehlt nämlich ein Rad. Nee, weil bei mir backt das... Oh, da steht jemand. Jaja, bei mir backt das auch so die ganze Zeit. Moment, den hole ich mir. Ja. Hm. 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 Ich seh schon. Was? Ja. Wir müssen jetzt einfach mal aufhören zu schießen. Leute. Wo schießt ihr denn drauf, Alter? Auf das Auto. Ja, jetzt wird auf mich geschossen. Sag mal schön. Danke. Warum schießt ihr eigentlich Richtung Hacienda? Seid ihr lebensmüde? Alter, bei mir ist das Auto verpackt. Links weiter, 115 sind die anderen, die schießen. Äh, ich hab, Jonas, ich hab tatsächlich drüber nachgedacht, die Wandgrün anzustreichen wegen Greenscreen. Aber, äh, hab mich dann dagegen entschieden. Sieht scheiße aus. Ja, einmal sieht scheiße aus und die Tapete, die ich jetzt dran machen will hier, die ist auch nicht unbedingt der beste Greenscreen-Hintergrund. Kann ich dich hier holen? Ja, ja. Siehste, er steht da auf dem Berg und lasst euch abschießen. Ja, du redest über einen Greenscreen. Von wo? Ja, von wo nicht? Wow. So, der ist wahrscheinlich nach weiter links drüber oder so. Kein Scope hier. Ich... Wie soll ich euch helfen, ohne dass ich einen Scope hab? Ja. Obwohl ich mein Dings eingestellt hab, kann ich den auch nicht treffen. Ja. Also ich treff ihn, aber ich seh nicht, von wo der gerade sonst noch beschossen wäre. Der Gegner hat die Ecke gesehen, aber du nicht. Nein, der Gegner hat in der Ecke gesessen. Halleluja-Spiel. Kann mal einer auf der Karte eine Markierung setzen, wo ihr drauf schiefst? Von der von... äh, ja. Den siehst du nicht von da. Dann kommt doch einfach mal da oben runter. Ja, ich treff die ja die ganze Zeit, aber ich werd noch von woanders beschossen, aber ich weiß nicht von wo... Um noch einen Grunde runterzukommen. Nein. Das wäre viel zu einfach. Okay, jetzt tut es weh. Scheige-Demple irgendwo. Äh, okay. Okay. Stopp, du Semmel-Bruh. Keine Ahnung. Das ist... Saubreiß. Oh Gott. Jetzt wurde auch auf mich geschossen. Ja. Haus genug. Nice, sehr schön. Cooler Schuss. Ja, beim Haus. Irgendwie... Wenn ich gerade da langlaufe. Ich hab keinen Scope, ich kann euch nicht helfen. Ich kann dir einen Holo geben, aber das hast du... Naja, ich hab einen Rot-Red-Dot. Ah, okay. Schade. Gut, ausgenommen beim Haus bringt mir wenig Aki, ich weiß, aber... Mhm, Aki. Gibt jetzt... Besser als nichts, besser als nichts. Sie ist positiv. Gibt jetzt wiedergelebt. Ich meine, da gibt's nicht so viel Positives zu sehen, aber sie ist positiv. Hm. Fakt positiv. Die Zone ist gegen uns. Wir laufen also quasi die ganze Zeit in Gegengesetz in die Zonenrichtung. Nein, nein. Ich glaub nicht, wenn die Zonen gegen mich ist, werden eure Oberschenkel stärker. Wow. Ähm. Das ist kein MROPG. Man kann hier keine Skillpunkte trainieren. Willst du jetzt den Kick oder nachher? Ich weiß nicht, was dir lieber ist. Hier, ähm... Ich hab jetzt den zweiten ausgenockt, also entweder... Wo denn? Wo sind die denn? Ja, im Pollermann. Im Haus. Ganz ambitioniert gekeckt zu werden, gell? Was? Ey, ich bin ja ein Profi. Welches Haus? Das Kleine, was da steht? 170. Vorderhasschen da, das Haus? Mhm, 170. Da sind die drinne. Ja, mindestens zwei. Okay. Mit einem Stein, übrigens. Mhm. Und oben... Maaaannn. Ich weiß, dass ich hier oben bin. Shit. Huah! Der Holzzaun ist jetzt weg. Oh... Direkt bei dir da irgendwo Berger versaut? Mhm. Der versucht ne Granate hier herzuschmeißen. Ja, noch mehr Granaten. Hab einen. Ja. Ja, direkt bei dir da, Berger. Hab seinen Mage. Ein... Es... Also zwei Leute sind genockt, einer von denen ist jetzt tot. Also... Beide tot, aber ich weiß nicht. Der push. Einer, einer push noch zu dir weg. Zum Stein. Ja, irgendwie da. Einer ist aus dem Haus gesprungen. Der ist rechts neben dem... Der ist rechts neben dem Holzzaun. Also noch hinter dem Holzzaun, direkt am Haus. Auf der rechten Seite. Mhm. Von dir aus. Ja, sehr schön. Alle tot. Good Job. Ja. Ah, endlich nen Scope. Ja, oder weniger der erste Kill im Laufen mit ner Karke. Oh, 4 Kills. Sehr schön. Äh, der hat noch nen 4er Scope, das gefällt mir. Der hat... Oh, ganz viel Munition, das gefällt mir auch. Ich komm da auch nochmal hin. So, komm ran hier. Äh, hier ist noch nen Flasher da her. Das kann... Ja. Ja, direkt jetzt von gebrauchen hab ich schon was. Gut. Was hatte der im Haus? Hm. Im Haus? Du hast noch keinen Helm, Chris. Am Haus. Nee, ich weiß. Snack dir nochmal irgendwo nen Helm. Jesus. Da schießt irgendwas Großes. M4. Habe ich Muni für dir? Ja. Auf dem Berg auf Osten. Ganz weit weg der Berg. Ganz hinten. Da laufen zwei Leute den Berg runter. Ganz weit Berg Osten. Äh, die müssen aus der Zone raus. Die haben... Die haben... Die müssen Zonen Run machen. Oder irgendwo. Was ich jetzt brauch, ist alles, was ihr habt. Ah ja, schön. Nein, nein. Die sind in der Zone. Oder? Ja, doch. Die dürften in der Zone sein. Oder? Ne, sind sie nicht. Was denn jetzt? Entscheide dich. Ja, ich kann's doch kaum einschätzen, man. Ich hab... Ich hab ich nen Entfernungsmesser. Du siehst doch die blaue Zone. Wo sie blinkt. Die sind außerhalb. Alter. Gott, hab ich mich erschrocken. Hinterm Stein sind die jetzt da hinten. Äh, Gratzeit bitte? Äh, genau Osten. Da die Steinketten. Kurz bevor die Zone... Ich werd hier nicht weiter fokussen. Ich werd weiter... Oh, das ist... Oh, das hier ist kacke. Ne, wir müssen Richtung Rassienda hoch. Ja, ich werd hinter die Hastienda... Oh, ähm... Auf mich wurde gerade geschossen. Ich glaube von... Ja, von da hinten, ja, ja. Von da... Ja, so. Ne, ist vorhin... Ist da noch ein, ähm... Motorrad unten zu der Halle gefahren. Da sind zwei Leute drauf. Also da, wo wir waren, oder? Ne, vor uns die Halle. Achso, okay. Ich weiß nicht, ob die das jetzt sind. Vor uns die Halle, die Grüne. Ach, da hinten bist du. Alles klar. Entschuldigung. Ja, da sind auch gerade welche lang gelaufen. Ich glaube, das waren die... Ähm, Jungs? Ganz hinten... Ich wollte euch nur darauf hinweisen, dass ihr nicht in der Zone seid. Oder jetzt... Jetzt seid ihr in der Zone. Ja, ich war nicht in der Zone. Entschuldigung. Ich hab mich gehört. Ja, ich würd Richtung... Wir müssen unsere Position führen. Was ist ja noch vorhin genug gemeint. Ganz links... Ganz 100... Auf der... Auf der Straße da hinten. Da laufen zwei Leute. Nicht beschließen, die trifft hier nicht. Aber... Dass wir das am Blick haben. Aber die Hacienda hier ist ganz böse. Hacienda da, der Patron. Mhm. Eigentlich müssen wir uns den... 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 So unendlich, ja... Chris, kommst du? Chris? Kommst du? Wir sind schon weiter, viel weiter. Ja. Ihr sagt aber auch nie was. Doch, die haben das fünfmal gesagt. Haben wir tatsächlich. Milch wird geschossen. Ja. Ja, bewegt dich. Und nach rechts ist ein Auto. Komm mal hier mit ein Stück zurück. Vorne rechts, vorne auf Süden. Einer hinter dem Auto. Ja, äh... Komm mal... Hat er dich gesehen? Nein, 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 nein. Dann komm mal ein Stück zurück. Ja, ich möchte ein Stück nach rechts gehen. Den hinterm... Ja, du bist gerade alleine, deswegen. Ja, das kann man sein. 34 Leute. Und alle verkriechen sich dann... hinter Steinen und Ecken hier. Dann komm jetzt. Bei den... Hinter den Fässern sehen wir von hier aus nicht mehr. Auto Richtung der Halle unterwegs. Gott des Willen. Ach, sei Chaos. Hier überall sind Gegner. Drei Leute vor uns. Westen. Ausgenockt. Die kommen jetzt hier den Berg... Die kommen jetzt hier rüber. Den Berg. Du musst... Du musst zu uns mit Chris. So. Weil hier drei Leute sind. Kommen über den Berg. Bei uns. Vor uns. Vor mir direkt. Oh. Ja, du bist von denen am Auto abgeschossen. Da ist einer ausgenockter. Wir holen ihn grad wieder. Ja, ich will die jetzt nicht ab. Wie sonst... Und ich hab nichts um hier irgendwo. Die haben dich gesehen. Mich? Ja, im Auto. Ja, ja. Ne, hat er nicht. Ich seh den. Ach, da hinten. Ey. Du lagst doch gerade in die Richtung. Trotzdem, vor uns sind drei Leute. Ja, dann darfst du doch deine Position durchschießen nicht verraten. Musst du. Ich dachte, der hätte dich gesehen, weil er dich angeguckt hatte. Also in unsere Richtung guckt hatte. Wir haben uns im Wien. Äh, ja. Ne, nicht wirklich. Nicht wirklich. Verbände. Ja. Da sind sie. Ja. Naja, das sind die hier vorne. Wir müssen uns irgendwo verkriechen, Jungs. Bitte. Ja, vor allem wir laufen gerade aus der Zone raus. Direkt vor mir. Direkt vor mir. Ja. Ne, ich sag's nur. Ja, und wir müssen aus der Zone raus. Wir laufen gerade aus der Zone raus. Was heißt denn jetzt direkt vor dir? Hier, direkt hinter. Er hat mich. Er hat mich. Er hat mich. Er hat mich. Weg vor mir. Nice. Rechts. Ach ne, das bist du. Sorry. Dahinter sind andere zwei. Hol ihn, hol ihn. Ja, 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 ja. Sehr schön. Hol mich hoch. Ach ne. Warte mal. Ne, einer fehlt noch. Kann mich wer holen? Zone kommt gleich. Ja, hol ihn. Ja, darf ich mich auch kurz heilen? Oder? Ja. Achso, ne, eigentlich nicht. Oh Gott. Die letzte war noch ausgemacht. Nicht schießen, nicht schießen. Links auf 5, äh, also auf Norden 15, grad drei Leute lang gelaufen, aber die haben uns nicht gesehen hier. Bitte? Hallo? Ja, ich hol dich. Dankeschön. Wir laufen in die Hassender, also hinter die Hassender rein, da wo wir praktisch herkamen. Muss direkt einen Verband nehmen und dann laufen. Ich hab nur First Aid und Energy. Ach, nicht zum heilen, ey, Wichse. Ich hab, hast du, ähm, bestem heilen? Ich hab nur Verbände. Ich hab, ähm, bestem heilen? Ich hab, ähm, bestem heilen? Ich hab, ähm, bestem heilen. Ich hab, ähm, bestem heilen. Hast du die Links grad schießen hören? Ich hab alle nämlich gelootet und die haben nur ein erstes Bekopf und ein bisschen nix. Wenn konzentrieren, dass du nicht getroffen wirst. Ja, das ist leichter als getan, äh, leichter gesagt als getan ohne Wester. So, jetzt kommt hier, kommt die hier mit her? Ja, ich bin umweg. Du wirst die schießen? Ja, ich weiß, deswegen, ich will die von hinten pushen. Ja. Richtige Strategien. Ja, die sind hier an der Halle. Ich glaub, der hat mich gesehen. Nicht, nicht direkt, direkt, direkt zu mir laufen, der, der guckt hier zwischen. Ari, ich seh es auch, einer ist hinter dem Zaun. Ja, genau. Ich bin oben an der Hacienda. Toll. Wo sind denn die? Ich seh ihn leider nicht mehr. Wo sind die? Ich seh ihn, war direkt bei dem Aussichtszurm. Oh ja, die sind, die sind am Ausgang, die sind am Ausgang. Ja. Sind da immer noch. Äh, äh, okay. Ich hab den gut gehittet, den einen hier. Da sind wir jetzt alle bald im Zaun. Er finischt mich. Da, wo ich jetzt bin. Zwei Leute. Ja. Einer ist ausgenockt. Der andere ist direkt hier hinterm Zaun. Der liegt hier hinterm Zaun. Wenn du jetzt pusht kriegst, kriegst ihn. Der ist ausgenockt. Aber es fehlt noch einer. Ja, da fehlt noch. Ich seh ihn hier aber leider nicht. Das war der, glaub ich, der mich grad beschossen hat. Ich komme Richtung Zone. Ich kann gar nicht zu dir gerade. Einer ist hier. Ich glaube, wie gesagt. Hörst du den? Oder was? Ich bin gleich tot. Ja, ich hol dich jetzt. Jetzt musst du, ja. Ja. Du musst sofort laufen. Ja, ich weiß. Ah, er lag da. Er kommt jetzt hier hoch. Direkt hinter uns? Ja. Heilen oder schießen? Heilen oder schießen? Heilen oder schießen? Gut. Vor mir ist noch einer. Ganz hinten am Rand der Zone. 35. 10. Gut, ich spaß mich erstmal hin. Ich muss heilen. Ja. Mit dem bisschen, was ich hab. Ja, hier, warte. Nee, alles gut. Ich nehm Verbände. Gibt das an die Tasche? Ja, eine hab ich noch. Sonst hab ich nichts. Ach so. Nimm. Boah, die wär so gut gekommen. Kann der nicht sterben? Der ist der letzte, ist der letzte. Ist das, das ist nicht der letzte, oder? Wir sind vier Leute am Leben, das ist der letzte. Ja, der hat, also einen hat er verloren, weil... Wo ist er? Der ganz... 35 im Busch. 35 im Busch? 35 im Busch? Da hinten. Da hinten. Er sitzt da hinter der Düne. Ja, aber er muss eh hochkommen. Lass ihn, lass ihn in Ruhe. Er muss hier hochkommen, wegen der Zone. Er hat keine Chance. Granaten? Ja, ich hab keine mehr. Links rum kann er nicht laufen, er kann maximal rechts rumlaufen, wenn das einer im Blick hat. Na, sag mal. Chris. Lass ihn kommen. Ja. Jetzt, er sitzt da. Ja, ich seh ihn. Nice. Sehr schön. Sieben Kills? Keiner. Nicht einen. Elf? Elf? Oh, nicht einen. Aber elf, Chris, nice. Nicht einen Kill von der Tür. Also elf insgesamt, ne? Ist das jetzt... Ich glaube, das ist meine erste PUBG. Ne, mein zweiter jetzt. Zweiter heute. Ah, Jungs, ey. Richtig. Macht Spaß. Das war gut. Das war gut. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt.